Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mir das so vor, dass meine Lecture ungefähr die halbe Zeit in Anspruch nimmt und die andere Hälfte der Zeit, oder wie viel immer Sie wollen, soll dann der Diskussion gewidmet sein. Ich möchte aber aufmerksam machen, das Thema, das mir gestellt wurde, ist nicht, welche akuten Probleme wir mit Griechenland oder mit den Schweizer Frankenkrediten oder ähnlichen Dingen haben. Ich bin zwar bereit, in der Diskussion darauf Bezug zu nehmen, aber ich bitte Sie zu akzeptieren, dass ich zum Thema referieren soll, der Blick aus Brüssel, die Rolle Österreichs in der EU. Also wie sieht man Österreich in Brüssel und welche Rolle hat es gespielt, spielt es heute, könnte es spielen, etc. Nun eines gleich vorweg, ein Missverständnis müssen wir ein und für alle mal ausräumen. Am 01.01.1995 ist nicht die EU Österreich beigetreten, sondern Österreich der EU beigetreten. Hierzulande hat man also oft versucht, den Leuten Glauben zu machen, dass es umgekehrt sei. Das war ein bedeutender Schritt, neben dem Staatsvertrag im Jahr 1955, wahrscheinlich der bedeutendste in der Nachkriegsgeschichte Österreichs. Und das war aber nicht der Beginn des Verhältnisses Österreichs zur Europäischen Union. Das geht schon viel weiter zurück. Österreich war vor dem Beitritt, wie Sie wahrscheinlich wissen werden, Mitglied der EFTA und ein durchaus aktives Mitglied. Und schon bevor Österreich Mitglied der EFTA wurde, war Österreich ebenfalls ziemlich stark engagiert in der ersten europäischen Institution, die geschaffen wurde, nämlich im Europarat. Dort haben sich die österreichischen Abgeordneten in der Versammlung des Europarats immer wieder durch sehr konstruktive Beiträge hervorgetan. Österreich hat hier auch teilweise den Generalsekretär des Europarates über eine lange Zeit hinweg gestellt und auch einige Initiativen dort ergriffen. Also Österreich war dort ein sehr respektiertes Mitglied. Aber man muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass also im Verhältnis zur heutigen Europäischen Union Österreich ja nicht gerade ein Riesenstaat ist, wenn Sie bedenken, dass die österreichische Bevölkerung ungefähr 1,6 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union ausmacht und auch weniger als 2 Prozent der Fläche der Europäischen Union ausmacht. Allerdings, wenn Sie andere Parameter hernehmen, wie zum Beispiel das BIP pro Kopf, da liegt Österreich ganz vorne. Gott sei Dank, wenn Sie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit hernehmen, da liegt Österreich ganz hinten. Also mit einer der niedrigsten, zeitweise sogar der niedrigsten Arbeitslosigkeit, auch der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit. Also hier ist Österreich durchaus unter den führenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu finden. Und es gibt auch keinen Grund, warum Österreich sein Licht unter den Scheffel stellen sollte. Aber zurück in die Zeiten vor dem Beitritt. Über Jahrzehnte hinweg war eigentlich das größte Problem für die Annäherung an die Europäische Union die österreichische Neutralität bzw. die Überzeugung sowohl der politischen Führung des Landes als auch der österreichischen Bevölkerung, dass aus Russland ein Jett kommen würde, wenn man das Ansinnen stellen wollte, Mitglied in der Europäischen Union zu werden. Und daher war es dann auch so, dass man zwar in einigen Bereichen Abkommen mit der Europäischen Union geschlossen hat, zum Beispiel über eine bestimmte Menge Emmentaler Käse, die man in die Europäische Union liefern darf. Aber die Situation war de facto so, dass der Klaus Darbo, der voriges Jahr gestorben ist, hat das einmal sehr deutlich gemacht. Er hat gesagt, für ihn war es zu dieser Zeit wesentlich leichter, Marmelade nach Hongkong zu liefern als nach Rosenheim. Und das hat also die wirtschaftliche Situation doch einigermaßen gekennzeichnet. Österreich hat also dann begonnen, eine Kommission im Bundeskanzleramt einzurichten, damals unter dem Botschafter Scheich. Und die hat den Auftrag gehabt, die Verträglichkeit der Neutralität mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu prüfen und zu untersuchen und auch ein entsprechendes Argumentarium zu entwickeln, damit man also hier auch im Bedarfsfall davon Gebrauch machen konnte. Und diese Kommission hat gesagt, es stimmt überhaupt nicht, dass das nicht möglich wäre, dass auf Basis des bestehenden Staatsvertrages Österreich nicht Mitglied werden könnte, weil nämlich die Neutralität nicht Gegenstand des Staatsvertrages war, sondern eine eigene Erklärung Österreichs in Form eines Verfassungsgesetzes, politisch hat es da im Hintergrund natürlich schon eine deutliche Einladung gegeben, ihr kriegt den Staatsvertrag nur dann, wenn ihr so ein Gesetz macht. Das war gewissermaßen der Preis, den wir bezahlt haben für den Staatsvertrag. Aber formal gesprochen war das kein Hindernis. Allerdings haben die Russen schon einigermaßen die Nase gerümpft, wie Österreich begonnen hat, sich der Europäischen Union anzunähern und zu überlegen, ob man also tatsächlich Beitrittsverhandlungen führen könnte. Und der frühere Bundeskanzler Franitzky hat gerade letzte Woche mal bei einer Veranstaltung, wo ich auch dabei war, erzählt, das hat also bis zum Schluss gedauert. Und wie er einen Staatsbesuch gemacht hat, schon während wir Beitrittsverhandlungen geführt haben, da hat er so, nein, das war schon etwas früher, jedenfalls ist er dann nach Russland gefahren, auf Staatsbesuch und der russische Regierungschef hat das Thema überhaupt nicht angesprochen in den öffentlichen Diskussionen und in den bilateralen Gesprächen. Aber im Hinausgehen hat er dann zum Franitzky gesagt, und Sie wollen in die Europäische Union, stimmt das? Kennen Sie die Frau Setscher? Und da wollen Sie immer noch in die Europäische Union. Die Frage ist von Seiten des Herrn Franitzky unbeantwortet geblieben. Dann haben die Beitrittsverhandlungen begonnen. Wir Österreicher wurden während der Beitrittsverhandlungen durchaus deutlich anders empfunden als die Skandinavier, mit denen wir ja gemeinsam verhandelt haben. Wir haben uns bald einmal in Brüssel den Übernamen die Eurojapaner eingehandelt. Und zwar deshalb, weil die Österreicher die Tendenz gehabt haben, immer mit sehr großen Delegationen anzureisen, wenn es etwas zu verhandeln gab. Und ganz besonders ist das ja dann bei der berühmten Elefantenrunde, die im März 1994 stattgefunden hat, der Fall gewesen, wo die Österreicher einen ganzen Flieger vollgefüllt haben. 120 Leute sind da in Brüssel einmarschiert. Die Brüsseler haben überhaupt nicht gerechnet, dass da so viele Leute kommen. Das war ein Chaos der Sonderklasse. Man hat uns nämlich für die österreichische Delegation einen Raum zugewiesen. Der war bestenfalls halb so groß wie dieser Raum hier. Und da hat das natürlich Schwierigkeiten gemacht. Aber zum Unterschied, nur damit Sie das sehen, also die Schweden sind mit 30 Leuten gekommen und die Finnen mit weniger als 20. Also insofern sind mir da schon einmal aufgefallen. Aber das ist ja schließlich unsere eigene Entscheidung gewesen, was man in Brüssel dann auch festgestellt hat. Das hat man zwar mehr hinter vorgehaltener Hand gesagt, nicht sehr öffentlich. Aber am Anfang der Verhandlungen haben die Österreicher schon sehr lange Listen gehabt über alle Ausnahmewünsche, die sie gerne gehabt hätten vom sogenannten Aki-Kommunitär. Und diese Listen sind dann systematisch von der Gegenseite am Verhandlungstisch gekürzt worden, sodass ja dann, wie Sie wissen, alles ausverhandelt war, mit Ausnahme von drei Themen in den Schlussverhandlungen. Nämlich das Thema Verkehr, das ja Tirol besonders betroffen hat, das Thema Landwirtschaft und das Thema Zweitwohnsitze. Diese Dinge waren dann, also die Zweitwohnsitze waren dann bald erledigt, weil man zu Recht darauf verwiesen hat, das ist ein Thema für die Raumordnung. Und die Raumordnung ist eine nationale Kompetenz. Also das ist eigentlich ein Gegenstand, den man besser in Brüssel gar nicht verhandelt hätte. Und das ist ja auch dann hinterher auf diese Weise geregelt worden. Bei der Landwirtschaft war das schon deutlich anders. Da haben wir keine Sonderwünsche eigentlich, wir Österreicher, gehabt, sondern da waren sich alle vier Kandidaten, weil damals waren ja die Norweger auch noch dabei an den Verhandlungen, mit von der Partie. Und die Idee war, nachdem in allen diesen Ländern die nationalen Preisniveaus für die Bauern wesentlich höher waren, in Österreich damals ungefähr ein Drittel, in Finnland sogar 40 Prozent höher, und daher hat man gesagt, das ist nur zu schaffen, wenn es Übergangslösungen gibt über möglichst viele Jahre. Wie wir dann, wir haben im Übrigen zwei Jahre über diese Frage auch verhandelt, allerdings wie wir dann zu den Schlussverhandlungen nach Brüssel gekommen sind, hat sich herausgestellt, dass der Außenkommissar von damals, das war der Herr Hans von den Bruck, ein Holländer, der hat also dem Agrarkommissar erklärt, diesen Unsinn, den die Agrarier da wollen, den ist er überhaupt nicht einmal bereit zu verhandeln, und hat also den Agrarkommissar mehr oder weniger aus den Verhandlungen ausgeschlossen. Das haben wir aber damals nicht gewusst, und wir waren also mehr als verwundert, als da auf einmal all das, was wir zwei Jahre lang mit den Agrarexperten der Europäischen Kommission diskutiert haben, nicht mehr gegolten hat. Na gut, ich will also da jetzt nicht ins Detail der Beitrittsverhandlungen eintreten, also nachdem ich mehr oder weniger so ein bisschen der Agrarsprecher der vier Kandidatenländer gewesen bin, habe ich dann in einer Nacht, habe ich eine Nacht lang gearbeitet, und habe ein alternatives Beitrittskonzept für die Landwirtschaft in dieser Nacht entwickelt, und habe das dann mit den anderen drei diskutiert am nächsten Vormittag, und dann haben wir gemeinsam beschlossen, okay, dann machen wir das eben so. Das so hat bedeutet, dass ich den Rat ernst genommen habe, den mir der stellvertretende Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft gegeben hat, nachdem ich mich bei ihm beschwert habe, und gesagt habe, was soll das eigentlich, wozu haben wir jetzt da verhandelt, wenn das alles nicht mehr gilt. Darauf war seine Antwort, bei uns regieren jetzt Ayatollahs, ich zitiere, bei uns regieren Ayatollahs, und ich kann Ihnen nur mehr einen Rat geben, reißen Sie denen Geld heraus, so viel Sie können. Also das war die Verhandlungsbasis, der Rat, den wir erhalten haben, von den Agrarexperten der Europäischen Union. Gut. Die schwierigste Frage war der Transitverkehr, und dahinter stehend auch, das muss man schon sagen, dass eigentlich vor allem die Franzosen, und die hatten auch die Spanier davon überzeugt, und die Portugiesen, keine Erweiterung wollten. Und man hat geglaubt, man kann den Transitverkehr als Vehikel benutzen, um uns den Beitritt zu vermiesen. Wir haben ja bekanntermaßen den Transitvertrag gehabt, und der Transitvertrag ist vor allem mit dem Argument zustande gekommen, dass es geheißen hat, es gibt so viel Umwegverkehr, also LKWs, die nicht die kürzeste Strecke von Nord nach Süd nehmen, sondern den Umweg über Österreich, weil das für sie günstiger ist. Die Franzosen haben genau das Gegenteil behauptet, und haben gesagt, da gibt es diesen Block, diesen erratischen Block, namens Schweiz, und da können die LKWs nicht so recht durch, und daher fahren jetzt alle über Frankreich. Und das hat also einige Auseinandersetzungen gegeben, wo sich viele Leute beteiligt haben, bis am Schluss sich zum Beispiel auch der Helmut Kohl in diese Frage eingeschaltet hat, aber da war auch der Franitzky beteiligt, da war der Pussek beteiligt auf unserer Seite, und noch einige andere, der deutsche Außenminister und so weiter. Und am Ende ist es doch gelungen, klar zu machen, dass erstens die Fakten andere sind, und zweitens, dass es Sinn macht, dass Österreich neben den Skandinaviern auch in die Europäische Union kommt. Im Hintergrund ist da natürlich, das Argument nach außen war der Transit, aber im Hintergrund ist natürlich auch sozusagen das alte französische Trauma ein bisschen gestanden, noch ein deutscher. Also man muss nicht unbedingt Deutschland noch größer machen, als es ohne dies schon ist. Und diese Einstellung, die hat uns eigentlich hier einige Schwierigkeiten gemacht. Aber wie gesagt, also am Ende ist das alles gut ausgegangen, und Österreich ist also in die Europäische Union aufgenommen worden. Dann, wenn man sich anschaut, was ist passiert nach dem Beitritt? Also zunächst ist es ja einmal darum gegangen, in Brüssel Fuß zu fassen. Das hat mich zwar selber auch betroffen, aber das war weniger schwierig, weil mir ist das eigentlich relativ leicht gefallen. Aber was weniger gut funktioniert hat und woran Österreich heute noch zum Teil ein bisschen sogar leidet, ist die Tatsache, dass man von österreichischer Seite viel zu wenig energisch daran gegangen ist, österreichische Fachleute als Beamte in die Europäische Kommission zu bringen. Über Jahre hinweg hat man gesehen, dass die europäischen Beamten aus Österreich der Zahl nach deutlich weniger waren, selbst deutlich weniger als die Beamten aus dem viel kleineren Finnland und gar nicht zu vergleichen mit Schweden. Die Österreicher haben auch denen, vor allem jungen, guten Leuten an sich, die nach Brüssel gehen wollten, diese Sache eher vermiest als gefördert. Vermiest vor allem auch dadurch, dass es über lange Zeit ein Problem gegeben hat, ob also diese Zeiten, die jemand in Brüssel verbringt, dann auch auf die österreichische Beamtenpension angerechnet wird und wie das ist, wenn jemand zurückkehrt, ob das eigentlich, so wie in Frankreich, eigentlich einen Bonus darstellen sollte. sollte an sich, wenn jemand bereit ist, also unter doch nicht ganz leichten Bedingungen im Ausland zu arbeiten, aber damals war das so, dass das eigentlich einen Malus bedeutet hat für Österreicher, die nach Brüssel gegangen sind. Das war an sich ein Fehler und wenn Sie zur Zeit schauen, zur Zeit hat Österreich gerade noch einen Generaldirektor und der Generaldirektor geht Ende des Jahres oder nächstes Jahr in Pension und dann haben wir keinen mehr. Also da haben wir, glaube ich, ein bisschen uns ins eigene Fleisch geschnitten und da waren also durchaus auch in Wien in den Zentralstellen Schwierigkeiten vorhanden, weil die Herren Sektionschefs wollten die guten Leute nicht gehen lassen, weil die ja für sie die Arbeit gemacht haben, muss man in Klammer dazu sagen, und andere Leute, die sie loswerden wollten, die konnte man in Brüssel nicht brauchen. Also das war schwierig. Was aber dann, glaube ich, schon sehr positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir als Österreich eigentlich in der Umsetzung der EU-Vorschriften sehr gut waren, sehr sorgfältig waren und dass wir da also im Vergleich zu den anderen deutlich besser abgeschnitten haben, was man allein daran ablesen kann, dass Österreich nach wie vor zu jenen Ländern gehört, die, also da gibt es ja auch, wenn man nicht sachgerecht EU-Recht umsetzt, erstens die Möglichkeit, dass also dann ein Verfahren beim EuGH angestrengt wird, aber in manchen Bereichen gibt es da auch direkte quasi Verwaltungsstrafen der EU und da ist Österreich immer an der Spitze derer, die am wenigsten solche Belastungen bekommen. Was allerdings auf der anderen Seite, das muss ich schon hier noch hinzufügen, ein bisschen, manchmal ein Problem darstellt, ist, dass es vor allem bei jenen Umsetzungen, wo also es nicht um EU-Verordnungen geht, weil Verordnungen müssen direkt umgesetzt werden, während Richtlinien müssen zuerst in österreichisches Recht transferiert werden, muss also ein österreichisches Gesetz gemacht werden und die Richtlinien sind im Normalfall auch nicht so detailreich und nicht so präzise. Das heißt, da sind bewusst politische Spielräume eingebaut, die man nutzen kann oder auch nicht. Die Österreicher tendieren dazu, diese Spielräume möglichst nicht zu nutzen, weil das das Leben der österreichischen Beamten erleichtert und das Risiko, dass irgendeine Richtlinie einmal vor dem EuGH fällt, ist dann natürlich nicht so groß. Und das haben die Österreicher sehr schnell gelernt von allen anderen, die haben das schon vorher so geübt, nämlich die Ausrede, die Standardausrede, die verwendet wird, ist also, wenn man fragt, warum muss das so sein, das ist ein EU-Vorschriftpunkt. Und da ist es schwierig, dagegen etwas zu sagen. Aber das war, glaube ich, durchaus aus Brüsseler Sicht jedenfalls, gilt da Österreich als vorbildhaft. Eine andere Frage ist es, es gibt ja auch eine Reihe von Programmen, die die Mitgliedstaaten durchzuführen haben. Also das ist zum Beispiel die Agrarförderung, das sind die ländlichen Entwicklungsprogramme, das sind die Strukturprogramme, das ist Erasmus, das ist das Forschungsprogramm der EU etc. Hier muss man sagen, ist Österreich ebenfalls ein äußerst guter Performer. Das ist zum Teil bei uns im Lande gar nicht so bekannt, außer bei den Bauern, weil die Bauern haben von Anfang an, die haben schon im Herbst 1994 gesagt, das oberste Ziel muss sein, es darf in Brüssel kein Euro liegen bleiben. Das hat allerdings konkret geheißen, nachdem ja in der Regel diese Förderungen kofinanziert werden müssen. Das heißt, dass ein Teil der Förderung mit nationalen Mitteln aufgebracht werden muss, hat es auch gleichzeitig geheißen, der Finanzminister muss die notwendigen Mittel ins Budget stellen, damit man in Brüssel das Geld alles abholen kann. Aber wo in einem anderen Bereich, nämlich bei der Ausnutzung des österreichischen Forschungs- und Entwicklungsfonds, der ja gerade jetzt in der laufenden Periode noch dazu massiv aufgestockt worden ist, da ist Österreich sehr gut. Wir holen zurzeit 125% dessen, was Österreich in dem Bereich ans EU-Budget einbezahlt zurück. Das heißt, es ist also ein gutes Geschäft für uns und gleichzeitig auch ein Beweis dafür, und das ist etwas, was in Österreich weniger oft erwähnt wird, es ist ein Beweis dafür, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier sehr aktiv sind und sehr wohl integriert sind. Und das ist ja der wichtigste Effekt. Es geht nicht nur um dieses Geld, sondern wenn ich dieses Geld in Anspruch nehmen kann, dann ist das ein Beweis dafür, dass ich in die europäische Forschung integriert bin, weil ja die viele dieser Projekte ja nicht ein einzelner österreichischer Professor oder Forscher in Anspruch nimmt, sondern das sind ja in der Regel Gruppen von Wissenschaftlern aus mehreren Staaten, die gemeinsam solche Projekte beantragen. Und das ist also, glaube ich, etwas sehr, sehr Positives. Auch im Übrigen beim Studentenaustauschprogramm, beim Erasmus-Programm ist es mittlerweile so, dass wir jährlich 6.000 Studenten die Möglichkeit bieten, in einem anderen Land zu studieren. Auch da sind wir im Vergleich zu vielen anderen Staaten sehr, sehr gut. Und Österreich hat dann bald einmal die erste Präsidentschaft in der Europäischen Union innegehabt. Und mittlerweile haben wir zweimal die Präsidentschaft innegehabt. Und da wurde eigentlich unisono von allen Mitgliedstaaten und auch von den EU-Institutionen Österreich jedes Mal ein großes Kompliment gemacht und wurde gesagt, also die Performance der Österreicher war sehr, sehr gut. Nicht nur die sprichwörtliche österreichische Gastfreundschaft und nicht nur so die österreichischen Methoden, die wir schon beim Staatsvertrag bekanntlich angewendet haben. Ihr kennt alle den schönen Spruch, wie der Fiegel zum Rab sagt, jetzt stramen wir ihnen noch die Rehblas, drüber noch sind sie wach. Also diese österreichische diplomatische Methode ist da damit nicht gemeint, sondern es ist also tatsächlich so, dass Österreich sehr kompetent gearbeitet hat und auch die diversen, und daran wird man dann auch gemessen, wie viele Dossiers man eigentlich weiterbringt und zu einer Entscheidung bringt. Und da hat Österreich jedes Mal eigentlich sehr gut abgeschnitten. So, das ist also dann schon im Großen und Ganzen das meiste von den guten News, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die andere Seite beleuchten. Der erste richtige Bruch im gegenseitigen Verständnis zwischen Österreich und den anderen EU-Staaten ist ja bekanntlich durch die Sanktionen entstanden. Jetzt ist es an sich so, dass diese Sanktionen, die sind nicht nach EU-Recht erlassen worden. Die sind überhaupt nicht Bestandteil der europäischen Verträge gewesen oder beziehungsweise der Ausführung einer Ausführung europäischer Verträge, sondern diese Sanktionen wurden verhängt in Absprache unter den Mitgliedstaaten unter Ausschaltung der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments. Und da hat es einfach sozusagen eine gleichlautende Entscheidung gegeben mit allen Folgen, die daraus entstanden sind. Auf der österreichischen Seite völliges Unverständnis, das Gefühl, dass hier demokratische Prinzipien ignoriert und zum Teil verletzt werden. Auf der europäischen Seite völliges Unverständnis, wie kann man mit einer nicht nur rechtspopulistisch, sondern durchaus auch in einigen Aspekten weit rechts stehenden Partei eine Koalition eingehen. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit war das so, dass einige Staaten entweder unter den Parteien ein Abkommen gehabt haben, dass keine Partei bereit ist, mit einer solchen Partei eine Koalition einzugehen. Das war zum Beispiel in Belgien der Fall. Die Franzosen, allen voran der Präsident Chirac, hat sogar das Zerbrechen seiner Partei riskiert, um zu verhindern, dass es zu einer Zusammenarbeit mit dem Herrn, damals noch dem Herrn Le Pen, kommt. In Luxemburg hat das auch, da war das sogar, glaube ich, auf Gesetzesebene beschlossen, dass so etwas nicht gemacht wird. Also, da war großes Unverständnis auf deren Seite. Aber, mittlerweile gibt jeder zu, dass man sich damals erstens in der Wahl der Mittel völlig vergriffen hatte. Es war eine Dummheit genau genommen, diese Sanktionen in dieser Art zu verhängen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch leider feststellen, dass damals eigentlich die erste große Enttäuschung in der österreichischen Bevölkerung entstanden ist, dass man sozusagen als kleines Land relativ leicht zum Spielball der großen Mächte werden könnte. Diese Zeit ist vorbei. Es wäre ja interessant, nicht? Gerade gestern hat ja der neue griechische Regierungschef genauso mit einer extrem rechtspopulistischen Partei eine Koalition beschlossen, obwohl ein anderer Koalitionspartner auch zur Verfügung gestanden wäre, muss man dazu sagen. Aber, also, Sie werden bemerkt haben und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, da wird sich daran nichts ändern. Kein Mensch denkt heute mehr an so einen Unsinn, solche Sanktionen deshalb zu verhängen. Eine zweite Frage ist die österreichische Rolle in Zusammenhang mit der großen Erweiterungsrunde. Da hat man eigentlich hohe Erwartungen in Österreich gesetzt und Österreich hat die auch zum Teil von sich aus propagiert und geschürt, nämlich die Meinung, dass Österreich eigentlich so etwas wie ein Scharniers bilden könnte zwischen den kommenden neuen Mitgliedstaaten, vor allem deshalb, weil man ja zum Teil mindestens oder zum Großteil eine gemeinsame Geschichte über Jahrhunderte gehabt hat und da hat man geglaubt, dass man an dieser Geschichte wieder anknüpfen könnte, da hat man geglaubt, dass Österreich groß Initiativ wird und sich da engagiert und das ist auf der wirtschaftlichen Ebene zum Teil sehr wohl passiert. In einigen dieser Staaten ist heute noch Österreich die Nummer eins als Foren Investor, also österreichische Firmen haben in diesen Ländern schon vor dem Erweiterungszeitpunkt massiv begonnen zu investieren. Das war nicht nur die Hypo Alt Madria, das waren viele gute Firmen, die sich da engagiert haben und das wird also auch in diesen Ländern sehr geschätzt, aber auf der politischen Ebene da war nicht so recht weder die Ambition noch der Mut vorhanden da sich vorne hinzustellen und mit diesen Ländern zu reden, was den Vorteil auch hätte haben können, dass gewissermaßen Österreich so eine Art Koordinatorenrolle übernehmen hätte können und dass da eine Gruppe hätte entstehen können, so wie es eben die Gruppe der Benelux-Staaten oder die Skandinavier oder einige andere Gruppen gibt. Es hat zaghafte Versuche gegeben, vor allem der frühere Vizekanzler Bussek hat sich da bemüht, indem er dieses Institut für den Donauraum gegründet hat, von dem er meinte, dass das eine Plattform sein könnte, auf der es zu entsprechenden Begegnungen kommen kann, aber da ist eigentlich nicht viel passiert. Wo sich mittlerweile Österreich Österreich schon einigermaßen engagiert, das ist in Südosteuropa, in den Balkanländern, die noch nicht in der Europäischen Union sind, da gibt es also relativ viele Initiativen der Zusammenarbeit in Form von Projekten verschiedenster Art, aber auch in Form von politischen Kontakten und dergleichen mehr. Da hat sich ja Österreich auch sehr als einer der Ersten aus dem Fenster gelehnt, wie es um die Anerkennung des Kosovo gegangen ist und dergleichen mehr. Also da hat Österreich wiederum eigentlich eine durchaus positive Rolle gespielt. Heute würde man eigentlich von Österreich auch noch in einigen anderen Bereichen aus Brüsseler Sicht einiges mehr erwarten. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der riesigen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, wo wir ja in Südspanien, in Griechenland und in Teilen von Portugal und Italien Jugendarbeitslosigkeitsraten von über 50 Prozent oder um die 50 Prozent haben, da ist ein Thema, wie kann man die Jungen besser ausbilden und zwar nicht jetzt im tertiären Bildungssektor, nicht zu Akademikern, da gibt es durchaus Ausbildungsprogramme, die funktionieren, da brauchen sie uns nicht, aber das, was wir als duale Ausbildung bezeichnen, also das Lehrlingswesen, die Berufsschulen, die Facharbeiter, Konstruktion, alle diese Dinge, das ist etwas, das es ja zur Zeit de facto nur im deutschsprachigen Raum der Europäischen Union gibt und sonst nicht und hier würde man eigentlich erwarten, dass da auch Österreich sich einbringt, einige Ansätze in diese Richtung gibt es, aber da wäre vor allem also auch von Seiten zum Beispiel der Bundeswirtschaftskammer oder anderer Einrichtungen es notwendig, dass es da zu sehr direkten Kooperationen kommt und dass vor allem es auch die Möglichkeit geboten wird, dass die politischen Verantwortungsträger in diesen Regionen sich bei uns anschauen können, wie wir das machen. Österreich ist ja auch ein Land, das ja immer schon oder viel früher als manche andere, sagen wir besser so, sich dem Anliegen der Nachhaltigkeit verpflichtet gefüllt hat. In Österreich hat diese Diskussion begonnen unter dem Titel ökosoziale Marktwirtschaft, das war eine Erfindung der 1980er Jahre, wo sich vor allem Leute wie der Josef Riegler und einige andere engagiert haben. Und mittlerweile ist es immerhin so, dass eigentlich von der Konzeption her dieses Konzept sogar im Lissabon-Vertrag steht, als Zielsetzung für die Europäische Union steht da drinnen, dass man eben so ein Gleichgewicht anstreben sollte und zwar nachhaltig anstreben sollte zwischen Ökologie und sozialer Verantwortung und beim sozialen wird da sogar das sehr breit ausgelegt und also auch die kulturelle Dimension mit einbezogen. Also da geht es darum, auch eben Debatten darüber zu führen, wie das künftige ökonomische Modell der Europäischen Union aussehen sollte. Da wäre eigentlich schon gefragt, auch in unserem eigenen Interesse, dass sich Österreich da entsprechend einbringt. Die derzeitigen Akteure haben andere Sorgen und die Kronenzeitung interessiert es wenig, also daher passiert da momentan nicht gerade sehr viel. Ein Teil dieser Überlegungen in Richtung Nachhaltigkeit hat natürlich auch mit der Frage erneuerbare Energie und dergleichen zu tun. Und da ist es natürlich auch zu wenig, wenn Österreich permanent kritisiert, dass es in der EU immer noch Staaten gibt, die Kernkraftwerke betreiben. Nach nach den europäischen Verträgen es das Recht eines jeden Mitgliedstaates ist, den Energiemix selbstständig zu wählen, ist es eigentlich eine müßige Debatte. Wenn, dann müsste man zunächst einmal über die Frage der Sicherheit ernsthaft diskutieren. Da könnte man vielleicht sich am ehesten vorstellen, dass es da eine gemeinschaftliche Politik gibt. Aber auf der anderen Seite ist es gerade auch seit Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie erklärt hat, ist also die Frage, wie schaut eine Energiestrategie der Zukunft aus? Eine der Kernfragen für die industrielle Entwicklung und das hat sehr viele Facetten und da haben wir in einigen Bereichen ganz gute Erfahrungen hier in Österreich. zum Beispiel gehört das ganze Thema Heizen oder Wärmeproduktion auf Basis von Biomasse, insbesondere forstlicher Biomasse, auf Deutsch gesagt Holz. Da gibt es in Österreich führende Firmen, die weltweit führend sind mit ihren Produkten und da glaube ich wäre es wichtig eben diese Verbindung herzustellen und zu erkennen, dass nicht immer und überall das Verzichten auf Nuklearenergie bedeutet einen ökonomischen Nachteil. Man kann eine nachhaltige Politik auch so organisieren, dass daraus wirtschaftliche Erfolge entstehen können, dass daraus Arbeitsplätze einkommen und auch Prosperität entstehen kann. Und auch in dem Bereich könnte glaube ich Österreich durchaus einigermaßen Vorbild Charakter in der Europäischen Union haben, aber auch hier wäre es dann natürlich notwendig, dass man diese Dinge entsprechend auch wissenschaftlich begleitet, sodass man auch entsprechend dokumentieren kann, was da erfolgreich ist und was da weniger erfolgreich ist und nur eine politische Ansage. Nun, in letzter Zeit beginnt eine ganz neue Debatte, die durchaus auch für Österreich enorm relevant ist und vor allem auch im Hinblick auf Brüssel relevant ist und das ist die Tatsache, dass in Zusammenhang mit den Debatten Schottland oder Baskenland oder verschiedene andere regionalen Regionen in Europa, dass also hier eine neue Debatte entstanden ist, weil man mit der früheren Debatte des sogenannten Europas der Regionen ja nicht gerade sehr erfolgreich war. In Wirklichkeit hat man zwar in politischen Sonntagsreden vor allem auf regionaler Ebene häufig vom Europa der Regionen gesprochen, aber es gibt kein Europa der Regionen zur Zeit, sondern was was es gibt. Das ist im Wesentlichen der Ausschuss der Regionen, der aber keinerlei Entscheidungsbefugnis hat und darüber hinaus gibt es die regionalen Programme, die aber wiederum von der Europäischen Union aus deshalb aufgelegt werden, weil man eben nicht die Mitgliedstaaten als Ganzes mit demselben Förderkonzept überziehen möchte, sondern eine Differenzierung vornehmen, je nachdem wie weit eigentlich eine Region gegenüber dem europäischen Durchschnitt hinterherhinkt. Da gibt es aber schon jetzt einige Entwicklungen, zum Beispiel die relativ neue Idee sogenannte Makroregionen zu machen und da wäre Österreich gleich zweifach betroffen. Die erste Makroregion das gibt, ist die Makroregion Donauraum. Da wird ja vielleicht ein österreichischer Ex-Politiker Koordinator werden, zumindest gibt es dieses Gerücht in den Zeitungen. Aber es gibt also darüber hinaus auch die Makroregion Alpenraum und diese Makroregion Alpenraum ist bis jetzt ein völlig unbestelltes Feld. Bis jetzt gibt es nur eine Absichtserklärung des Europäischen Rates vom Dezember 2013 eine solche Makroregion einzurichten. Und zurzeit läuft eigentlich ein Vorbereitungsverfahren, wo, in welchen politischen Feldern man hier aktiv werden möchte. Dieser Prozess wird Mitte dieses Jahres abgeschlossen und dann wird man weitersehen. Aber hier kommt es natürlich ganz massiv darauf an, ob und in welchem Ausmaß sich jenes Land, das eigentlich prozentuell den höchsten Anteil bezogen auf die Staatsfläche an Alpengebiet hat, in welchem Ausmaß sich dieses Land hier einbringt. Und insgesamt glaube ich, dass man früher oder später nicht umhin kann und sich einiges neu überlegen muss, weil ansonsten tatsächlich die Schwierigkeiten mit Loslösungstendenzen von Nationalstaaten größer werden und weil man ansonsten also hier die Gefahr läuft, dass es zu einer Verwerfung in der Konstruktion der Mitgliedstaaten kommen könnte. Und dann höre ich schon auf. Eine letzte Überlegung, die ich anstellen möchte, die ist allerdings schon sehr weit nach vorne gedacht. Aber interessanterweise kommen da gewisse Impulse eben auch aus Österreich, auch aus Deutschland, aus Österreich und aus Deutschland, aber nicht so sehr von der politischen Seite, sondern mehr von der intellektuellen Seite. Es ist vor allem in Deutschland der Herr Habermas, der sich hier besonders engagiert. In Österreich ist es der Herr Menasse und da gibt es noch einige andere. Die Fragestellung, um die es da geht, ist wahrscheinlich die fundamentalste überhaupt, die man stellen kann. Nämlich letztendlich wird die Frage gestellt, ist eigentlich das System, wie wir Staaten organisieren und auch Staatenverbünde wie die Europäische Union organisieren, eigentlich noch zeitgemäß. Das führt dann auch zu der Debatte der Vereinigten Staaten von Europa und Ähnlichem, aber in deren Verständnis haben wir folgendes Problem. Der Nationalstaat, wie wir ihn kennen, als, wie man so schön sagt, Governance-Modell, ist ein Produkt des späten 19. Jahrhunderts und ist eigentlich in der Form erfunden worden, um die Industrielle, um ein Regierungssystem zu haben, das bestmöglich zum Industriezeitalter gepasst hat und zur Tatsache, dass also die europäischen Staaten alle industrialisiert worden sind. Aber mittlerweile leben wir eben nicht mehr im Industriezeitalter, sondern in einem sogenannten postindustriellen Zeitalter, in einer Informationsgesellschaft oder Dienstleistungsgesellschaft. Da kann man viele verschiedene Spielarten sehen, leben und wir leben aber zusätzlich in einer globalisierten Welt. Und die Frage ist also daher, eines wissen wir mittlerweile, der europäische nationale Kleinstaat oder mittlere Staat ist nicht in der Lage, mit beiden diesen Herausforderungen vernünftig umzugehen. in der jetzigen Form des Nationalstaates ist er nicht einmal in der Lage, mit einer der beiden Herausforderungen vernünftig umzugehen. Und daher ist also jetzt die Frage, wie könnte so etwas aussehen, was zukunftsweisender ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, die ja in Wirklichkeit so gemeint sind, dass es eine Art Kopie der USA wäre, der Konstruktion nach, dass das nicht funktionieren kann, weil eben auch das amerikanische Governance System nicht auf die Zukunft vorbereitet ist und weil es also auch in Amerika zunehmend Schwierigkeiten gibt. Aber wie gesagt, das ist also bisher ein bisschen noch ein Bereich des Träumens. Da ist noch nicht sehr viel Unterfutter vorhanden. Ich glaube, dass da auch eine große Aufgabe besteht, für die akademische Welt über diese Dinge nachzudenken und zu versuchen, hier Konzepte zu entwickeln. Denn eines ist klar, wir werden nicht im Stande sein, auf der einen Seite, gerade zum Beispiel in der Außenpolitik, nach wie vor die nationale Karte zu ziehen und zu sagen, das ist das Herzstück nationaler Souveränität, da darf daran nicht gerüttelt werden. Und gemeinsame Außenpolitik darf natürlich nur dann in dem Maße stattfinden, in dem sich die Mitgliedstaaten einstimmig dazu entschließen können. Auf der anderen Seite wird ja auch von denselben Politikern häufig das Argument ins Treffen geführt, wir brauchen mehr Gemeinschaft, wir brauchen mehr Europa, weil sonst kann Europa keine entsprechende Rolle in der Welt spielen. Also da sehen Sie dann schon, dass diese Dinge nicht so recht zusammen passen. Aber das kann man nicht erzwingen, aber nur damit Sie ein bisschen auch einen Eindruck haben, dass wir auch unsere nächste Generation einige ganz spannende Aufgaben vor sich hat und einige ganz spannende Diskussionen wollte ich das noch anfügen. Dankeschön. Applaus